Hallihallo! Einige von euch hatten auf Facebook gefragt, was denn diese Scooby-App ist, die ich immer mal wieder erwähne, wo ich in letzter Zeit sehr oft Bücher oder E-Books drüber lese. Und nachdem ich es jetzt zigmal irgendwo geschrieben und verlinkt habe, dachte ich, mache ich mal ein ganz großes kleines Video für alle, die die Scooby-App noch nicht kennen. So, und zwar ist die für das iPad oder iPhone. So, nein danke, siehst du ja, okay. So, es ist quasi eine App, die eine, ich sag mal, virtuelle Bibliothek ist. Ja, sie haben momentan über 9000 verschiedene Titel auf Lager und man bezahlt eine Gebühr von 9,90 Euro im Monat. Er ist auch jederzeit wieder kündbar und für diese 9,90 Euro kann man sich halt über diese App aufs iPhone, aufs iPad dann beliebig viele E-Books herunterladen und derzeit noch. Also ich glaube, ab März 2013 ist es dann auf zwei E-Books pro Monat beschränkt, die man sich ausleihen kann. Ja, ich sag mal, für 9,90 Euro geht das auch noch, aber derzeit ist es natürlich super, dass du wirklich beliebig viele Bücher dir herunterladen, aussuchen, ausleihen kannst. Fünf maximal gleichzeitig, also das ist die einzige Einschränkung. Und wie gesagt, du ladest die Bücher herunter, aber musst die dann auch wieder zurücknehmen, also leistet die quasi nur aus. Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr schön, weil man einfach in sehr viele Bücher intensiv reinschnuppern kann und ja, wenn man merkt, ist es doch nicht ganz so meins, kannst du es einfach zurückgeben und leistet das nächste Buch aus. Das finde ich eigentlich ziemlich klasse. Bin eigentlich nicht so der E-Book-Fan, muss ich sagen, weil ich mag eigentlich was in der Hand zu haben. Also ich brauche ein Buch in der Hand und dieses Geruch von der Druckerfarbe und von dem Papier und ich finde es eigentlich schöner, aber ich sag mal, gerade bei Büchern, bei Büchern, wo ich mir nicht so sicher bin, ob mir die gefallen würden oder werden oder nicht und Bücher, die jetzt nicht unbedingt von meinen Lieblingsautoren sind, die ich dann auch sammle, finde ich das eigentlich ganz, ganz toll, da einfach mal reinlesen zu können, soweit ich möchte. Wenn es mir gefällt, lese es komplett durch. Wenn es mir nach 20, 30, 40, 50 Seiten nicht gefällt, gebe ich es einfach zurück. Also das finde ich eigentlich schon ganz, ganz klasse und die haben halt wirklich, wie gesagt, über 9.000 Titel, wird halt auch wirklich permanent aktualisiert. Du bekommst immer angezeigt, welche Bücher neu hinzugefügt wurden zu dieser Bibliothek und von über 70 verschiedenen namhaften Verlagen. Und genau, also im Prinzip ganz groß, ist eigentlich total übersichtlich. Ich hoffe, man sieht das überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung. Das sind jetzt gerade hier vier Bücher, die ich derzeit mir heruntergeladen habe und lese. Und im Prinzip funktioniert wie ein ganz normaler E-Book-Reader, ähnlich dem Kindle oder ähnlich mit Umblättern. Schriftgrößen kann man auswählen, Lesezeichen setzen, etc. Also die Oberfläche ist halt wirklich ähnlich einem ganz normalen E-Book-Reader. Und genau, hier hast du wirklich halt die Kurzbeschreibung erstmal. Ich sage mal, ich gehe mal mit euch quasi. Das sind die vier, die ich heruntergeladen habe, quasi ausgeliehen habe. Dann siehst du hier unten auch immer die aktuellen Charts in Sachen Belletristik, Sachbuch, Ratgeber oder Kinder-Jugendbuch. Was ich auch ganz witzig finde, ist hier Scooby in Echtzeit. Da wird halt immer aktualisiert. Du siehst halt immer, wer was wann ausgeliehen hat. Finde ich auch so zum Stöbern mal recht interessant, muss ich sagen. Genau, und im Prinzip, wenn ich mir ein neues Buch raussuchen möchte, gehe ich hier in die Bibliothek. So. Und dann kannst du halt wählen, die diese Woche neu, ansonsten Belletristik, Sachbuch, Ratgeber und Kinder-Jugendbuch. Gehen wir mal auf diese Woche neu. Dann bekommst du halt die Neuheiten diese Woche angezeigt. Entweder nach Bewertungsabgabe, neu erschienen oder die meistgelesenen. Kann man sich halt so sortieren. So. Dann suche ich mir mal irgendeins aus. Nehmen wir mal dieses hier plötzlich für Frühlingsnacht. So, dann kannst du das quasi auswählen. Kannst hier kurz die Inhaltsangabe lesen. Die Bewertungen von anderen. Und kannst dann hier erst entweder eine Leseprobe, einfach mal kurz reinzuschnuppern, ob es dir gefällt oder nicht. Und wenn es dir da gefällt, dann kannst du hier einfach auf Ausleihen gehen. Und dann ladet er quasi dieses Buch herunter. Und dann steht es hier in deiner Bibliothek drin. Hier unten hast du noch so kleinen Balken. Finde ich auch ganz gut, dass du den Fortschritt siehst, wie weit du in diesem Buch jeweils bist. Und, jo, wie gesagt. Und ich finde es halt wirklich toll, dass ich einfach in verschiedene Bücher und dann auch wirklich mal ein bisschen experimentierfreudiger bin, als ich sage mal bei normalen Büchern im Laden. Da guckt man ja doch eher und überlegt halt zwei oder dreimal, ob das halt wirklich das Buch ist, was ich möchte und was ich brauche. Weil ich sage mal, man gibt ja einfach mal 10 Euro, 20 Euro, je nachdem, für dieses Buch aus. Und deswegen finde ich diese 9,90 Euro im Monat, gerade derzeit noch, wo du so viel herunterladen und ausleihen kannst, wie du möchtest, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, jo, kann man echt nicht meckern. Und ich sage mal auch, später, wenn es dann auf zwei Bücher im Monat beschränkt ist, ist es noch okay. Weil ich sage mal, ich muss ein E-Book mir eigentlich auch nicht kaufen, weil ich lese es eh nicht mehr als einmal durch, ja. Von daher finde ich dieses Konzept mit diesem Ausleihen ähnlich einer Bibliothek plus halt eine Online-Bibliothek, finde ich eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und, ja, wie gesagt, du kannst dann auch die Bücher selbst bewerten oder verschiedene Rezensionen schreiben. Und finde ich ganz spannend, benutze ich halt derzeit sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne. Und, ja, wenn da ein absolutes Top-Buch dabei ist, wo ich sage, wow, das hat mich echt vom Hocker gerissen, dann kann ich es mir immer noch in Papierform kaufen und wenn ich es unbedingt haben möchte. Aber, wie gesagt, so wirklich einfach zum Reinlesen finde ich diese App total klasse. Genau, was ich auch schön finde, ist, dass es halt die Bücher synchronisiert zwischen mehreren Geräten soll heißen, ich kann halt auf dem iPad und parallel auf dem iPhone lesen. Wenn ich mir auf dem einen Device das Buch herunterlade, dann wird es automatisch auf dem anderen auch aktualisiert oder speichert halt, synchronisiert halt die Seitenzahlen, wo ich gerade bin beim Lesen. So heißt, ich kann halt zu Hause schön mit dem iPad lesen und wenn ich wirklich unterwegs irgendwo bin und kurz zehn Minuten Zeit habe, dann kann ich es halt auf dem iPhone weiterlesen, und dass ich da irgendwie zweimal parallel die Sache nutze. Finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut. Also es ist echt eine sehr schön, sehr gut durchdachte App, wie ich finde. Tolles Konzept dahinter. Und, ja, bisher habe ich auch wirklich fast alle Bücher, die ich gerne lesen wollte und ich gesucht habe, auch gefunden dort. Also, wie gesagt, es ist natürlich erstmal, ja, es ist im Aufbau immer noch. Und man wird natürlich nicht jedes Buch, was man gerne möchte, dort finden, aber es ist schon echt eine sehr, sehr große Menge dort vertreten, wie ich finde. Und sehr, sehr gute Bücher auch, namenhafte Bücher, namenhafte Autoren. Und, ja, wie gesagt, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich finde, für 100,90 Euro im Monat kann man so viel nicht falsch machen. Und ganz toll finde ich halt auch, dieses monatliche Kündigungsrecht soll heißen, wenn ich sage, ich bin mal ein bisschen klamm oder ich habe momentan einfach überhaupt gar keine Zeit zu lesen, dann kann ich es halt auch wirklich jederzeit wieder kündigen und habe dann nicht irgendwie ein Halbjahresabo oder ein Jahresabo oder was auch immer an der Wacke. Genau, also schaut euch das mal an, falls euch das interessiert. Ich finde es ganz cool und ich muss jetzt nicht immer schreiben, was denn die Scooby-App ist, von der ich rede, sondern kann dann einfach auf dieses Video verlinken oder verweisen. Ganz praktisch. Und übrigens Scooby fand ich ganz witzig, habe ich letztens erst herausgefunden, habe ich gedacht, wieso Scooby hier? Und das ist einfach E-Books auf rückwärts, deswegen Scooby. Ja, so viel am Rande. Okay, ich hoffe, diese ganz kurze Info hat euch Spaß gemacht, weitergebracht und vielleicht magt ihr ein oder andere es ja mal ausprobieren. Und ja, dann bis die Tage.